Musik Na, das habt ihr natürlich erkannt, das Hotel California von den Eagles. Und das könnt ihr spielen im Acoustic Player 3 2023. Da findet ihr diesen Song, ja nicht ganz, aber das Intro. Und das ist ja schon eine Herausforderung genug. Und andere weitere tolle Riffs von den Eagles könnt ihr dort lernen. Von mir, von Peter Autschbach. Bis dann. Tschüss.